willkommen ihr menschen da draußen was ich hoffe dass ihr menschen seid also was hier ich bin jetzt ein spiel das heißt emergency worldwide also im spiel geht darum dass man also der feuerwehr spielt die polizei und die ambulanz also der polizei und wir können die zeilen und polizei helikopter fahrzeug im daten und stoppen wir eigentlich können nur vier spieler spielen aber weil ich ich bin das erste mal polizei weil ich das in game pass vor dieses für diesen wasserwerfer fahrzeug gekauft habe kann ich auch reinfahren wenn es drei leute sind also was wir hier tun können ist in unserem kunden polizei fahrzeug also ein bisschen okay das ist eine mission also die mission rein okay okay oh oh das hat gott das ist ein auto also ich kenne die polizeiserie okay und da ist es schon so ein bisschen es gab ein okay ich glaube es gab ein problem hier ein paar leute haben sind hier drin es gab einen unfall weg hier ich bin also polizei weil sie zu sie müssen weg ich muss einfach hier halten und alle leute weg gehen doch hanschel verhaften ich brauche einen schlagstock als ich muss mir den schlagstock selbst hier noch blitzer sieben blitzer police barrier police okay also ich höre mich eher drum eine pistole oder schießt der ist ja schießt er okay okay also wie es hier aussieht gibt es hier probleme schon mal was gibt es auch noch was tun weil ich weiß es könnte sein dass wir ein paar kriminelle pompa gemacht haben oder terroristen was haben die feuer bringt hier raus ich bin der mark der mark ist noch hier drin leute mark ist hier drin mark ist hier drin mark ist hier drin okay okay auch die hatten mag schon okay gut ich weiß es wäre gerne vorher das ist immer mal gut vielleicht konnte ich mit dem wasserwerkzeug die schnell weg machen dass wir das nächste mal suchen aber ich glaube es hier unten gibt es nicht mehr schon alles gut aus also hier ist schon nix wahrscheinlich gibt es für so bist du oder kann man benutzen für überfall ich mache das mal her vielleicht vielleicht sollte ich reingehen und meine investigation starten schosses wird es für das irgendwie entgleist aber irgendwas ist hier nicht richtig wenn ich mir stelle ich mir vor es könnte ein geil sein aber dann hätte ich mir gedacht ist ja auch irgendwie umfeld irgendwie glaube ich jetzt hier stecke stinkt etwas die feuerwehr das ist ein feuerwehr war eine idee für der axt aufbricht ok aber ich glaube hier gibt es alles gut was sind wir fertig ja leute die haben eh keine ahnung sie tun die machen ok ok ne Susanne wie ist das wenn hierοι dass soe macht隔boden gesetzt ok ist das falsch packer oh gott die roblox nudes oh okay okay dann werde ich hier halt gott der haper ist okay so weg hier polizei weg hier noch ein paar komische leute steht einfach bei seinem auto das hasse ich wahrscheinlich mache ich das geht einfach wahrscheinlich muss ich wegen ihm auch so einer ein mit dem rufen ist auch ein abschiff war das ist ja auch noch nicht Oh, die kommt dann. Noch nichts geht noch in den Ofen. Das liegt wirklich realistisch. Oh, ich sehe, wenn sie ein Boot hat, ich weiß nicht, was das ist. Oh, ich habe gedacht, du hattest. Ich habe gedacht, du hattest gelernt. Schrecklich. Also, das ist schon. Du, geh weg. Okay, schau mal. Was gibt denn hier? Ach. Weder so Leute, die denken sich. Einfach überstehen. Das ist schon nervig. Machen gleich ein Foto von mir. Weg. Los. Das ist schon. Das ist schon. Das sind wirklich so nervig. Oh. Das ist immer wäre Tiktok. Was auch immer. Likes denken. Oh. 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 Geht was passiert. Ein paar Leute sind so wahrscheinlich. Gott. Nicht die Pressen. Oh Gott die Presse. die presse die presse die presse die presse baumfotograf das ist das ist ein baumfotograf hier ist das eine große flasche diese menschen Leuchte Isau Ich bin nicht geheuer Ich kessel den an Wollte den einkesseln Weg hier Hey! Weg! Weg! weg nein das ist der presse weißt du brauchst man hier nicht weg fertig jetzt sollte das nicht weg machen die antische bierflaschen das fahrzeug ist er weg da muss ich nur bis zum ersten einsatz wieso wieso nicht das wusst ich hab schon Angst vor diesen Feuerwehrfahrzeugen sehr lustig und nichts ist es besser farber haben wir sollten wir es ist von gegen gleich nach ist dann wohl und solcher nach israel welche euro von würde wahrscheinlich Ich kann nicht mehr schlafen. Ich bin nicht mehr schlafen. Ich kann nicht mehr schlafen. Oh! Ah! Ah! Oh ja! Wien! Wien! Das ist jetzt... Ich bin... Bis hier. Das war... Na. Ich hoffe ihr habt das Video irgendwie genossen. Und tschüss! auf! Tschüss! Ja! Da da... Da da, da, da da! Da da... Da da...